Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya und nehme dich jetzt mit zu einem Throwback. Und zwar habe ich dieses Journal für meinen Mann letztes Jahr gemacht und auch schon gefilmt, allerdings nicht vertont. Hier handelt es sich um ein Journal, was ich in ein altes Buch gebastelt habe, wie man gesehen hat. Die Axt im Haus, musst du dran glauben. Und ich habe versucht, das Buchcover so gut wie möglich noch zu erhalten und ein bisschen von dem ursprünglichen Titel noch zu behalten. Ja, hier haben wir fünf Signaturen und es handelt sich ja tatsächlich nicht um ein Junk Journal im eigentlichen Sinne, einfach auch deswegen, weil hier Notizbücherlein drin sind. Und zwar fünf an der Zahl, habe ich ja schon gesagt, fünf Signaturen. Allerdings sind die Notizbuchseiten nicht bemalt, nicht bebastelt. Und hier, wie ihr seht, sind kleine Fotos und alles in kleinen Täschchen eingepackt. Fotos von unseren lieben Katzen und schöne Sprüche und ein paar schöne, feine Lebensweisheiten drumherum. Ja, mein Mann mag das nicht so gerne, wenn Seiten, wo er drauf schreibt, dann irgendwie Inhalt haben. Also Inhalt im Sinne von Stempel, Tüdel hast du nicht gesehen. Und deshalb sind das Blanko-Notizbücher mit feinen Umschlägen. Und wie man hier sieht, habe ich ein Bellyband da drin, auch nochmal ein kleines Kärtchen und überall was zum Ausklappen und Entdecken. Ja, natürlich auch ein Lesezeichen in jedem Teil. Wichtig hier ist noch, oder war mir auf jeden Fall, dass ich Gummibänder benutze, um die Signaturen hier einzubinden. Einfach, weil dann die Seiten, wenn sie mal vollgeschrieben sind, einfach ausgetauscht werden können. Ich denke, dass dieses Journal oder dieses Buch viele Reisen unternehmen wird. Und es ist auch in Teilen einfach mitzunehmen. Das heißt, man kann jede dieser fünf Signaturen einzeln rausnehmen und hat dann fünf einzelne Notizbücher mit den kleinen Täschchen, mit den schönen Bildern. Hier haben wir den Albert Schweizer. Und ja, Lebensweisheiten, aufmunternde Sachen, lustige Sachen. Einfach das, wo ich gesagt habe, Mann, Mann war es denn das Wort? Das ist genau das Richtige, um einfach auch einen Mann mit ein paar schönen Basteleien oder Wünschen einfach zu beglücken. Und wichtig war mir, überall was zum Entdecken, überall was zum Ausklappen. Nicht zu kitschig. Also so ein Romantik-Journal oder sowas ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Also vor allem nicht für meinen Mann. Dementsprechend habe ich es hier interessant, bunt, tiefsinnig, anregend gestaltet, ohne dass es irgendwie in die Kitsch-Richtung geht. Ja gut, hier und da findet sich schon ein bisschen rosa oder ein bisschen Glitzer und ein bisschen Gold. Und trotzdem sind, ja, schöne Zitate, schöne Affirmationen dabei. Und einfach diese kleinen Entdecker-Sachen und natürlich auch dieser wunderschöne Baum, der durfte nicht fehlen, weil auch das Thema Natur und hier seht ihr es sehr mit Natur verbunden, ist einfach auch ein großes Thema hier. Ja, die Seiten aus dem Junk Journal, da habe ich mir nämlich Papier bestellt, was so gepunktet ist. Also man hat so eine leichte Führung beim Schreiben, ohne dass das wirklich Linien oder Chaos sind. Also nicht gezwungen, sondern nur ganz, ganz dezent einfach angeleitet. Und die Journals, ja genau, hier zeige ich das einfach nochmal, sind einzeln rausnehmbar und ja, eignen sich wunderbar, um einfach auch damit eine Runde durch die Gegend zu laufen, zu verschiedenen Anlässen. Vielleicht gibt es einfach fünf verschiedene Themen, zu denen man einfach verschiedenste Notizen gerne machen möchte. Ja, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne. Lass uns hier in den Austausch gehen. Ich freue mich riesig über Kommentare, ich freue mich riesig über Anmerkungen und vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, mit dem man sich einfach so basteln und kreativtechnisch vernetzen kann, weil ich glaube auch alles hier in Richtung Art Journal und Junk Journal und lustiges, feines Lebensfreudebuch oder Bücher, da gibt es bestimmt auch viele Menschen hier unter euch, die da genauso viel Spaß dran haben wie ich und mit denen ich mich super gern vernetzen mag. Ja, seid also herzlich eingeladen und ich hoffe, dass dieses Video euch und das Video dir Spaß gemacht hat. Es wird bestimmt demnächst wieder eins kommen. Wie gesagt, das hier war ein Throwback. Das ist ein Video aus dem letzten Sommer, Herbst und das eine oder andere wird natürlich auch frisch folgen. Bis bald! Ciao! Ciao! Bye! Untertitelung des ZDF für funk, 2017